Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. In den letzten Wochen kamen viele Fragen zum Thema Moment einer Kraft. Und weil ich selbst lange nicht wusste, was es mit dem Moment auf sich hat, dachte ich, ich mache mal ein Video darüber. Gleich zeige ich euch, was ein Moment überhaupt ist und wie das Moment einer Kraft berechnet wird. Hoffentlich sind danach alle eure Fragen geklärt. Ich starte mal mit einer kleinen Story aus meinem Leben. Und zwar habe ich in letzter Zeit immer wieder Probleme mit meinem Fahrrad. Letztens musste ich sogar den Reifen wechseln, Leute. Doch bevor der neue Reifen ran kann, muss natürlich erst mal das Rad ab und dafür muss die Achsmutter an der Narbe gelöst werden. Dabei ist es wichtig, dass die später auch wieder richtig angezogen wird. Klar. Und richtig heißt in dem Fall nicht zu fest und nicht zu locker. Denn nach fest kommt bekanntlich ab. Die Schraube geht kaputt. Tja, und zu locker ist natürlich auch nicht gut. Wir wollen schließlich nicht, dass sich die Mutter während der Fahrt löst und das Rad auseinander fällt. Die Mutter muss also mit dem richtigen Moment angezogen werden. Aber lasst uns mal ganz von vorne starten. Was ist überhaupt so ein Moment? Dazu vergleichen wir die Wirkung einer Kraft mit der Wirkung eines Moments. Der Hammer wirkt mit einer Kraft auf den Nagel und bewirkt so eine Verschiebung. Das wird auch Translation genannt. Wenn ich eine Kraft auf den Schraubenschlüssel ausübe, dann dreht sich die Schraube. Ihr könnt euch also schon mal merken, ein Moment versetzt einen Körper in Drehung, also in eine Rotation. Aber natürlich nur, wenn das System nicht im Gleichgewicht ist. Hier nochmal die Facts. Das Moment ist eine wichtige physikalische Größe und beschreibt die Drehwirkung einer Kraft, eines Kräftepaares oder sonstigen Kräftesystemen auf einen Körper. Die Drehrichtung ist abhängig von der Richtung der Kraft. Das Formelzeichen des Moments ist ein großes M und die Einheit des Moments ist Newtonmeter. So, jetzt zu den Details. Das Moment einer Kraft ist abhängig vom gewählten Bezugspunkt. Es wirkt also um einen frei wählbaren Bezugspunkt. Die Formel zur Berechnung ist zum Glück ganz kurz und lässt sich leicht merken. Das Moment M ist gleich der Kraft F multipliziert mit dem Hebelarm A. Der Hebelarm ist der senkrechte Abstand der Kraftwirkungslinie zum Bezugspunkt, also der kürzeste Abstand zwischen Wirkungslinie und Bezugspunkt. Okay, zurück zu meinem Fahrrad. Damit die Achsmutter am Hinterrad nicht zu fest und nicht zu locker sitzt, sollte sie ungefähr mit 30 Newtonmeter angezogen werden. Jetzt berechnen wir, wie groß die Kraft sein muss, damit die Mutter richtig angezogen wird. Schauen wir uns das Problem mal genauer an. Wie immer nehmen wir dafür erstmal ein Koordinatensystem zur Hand. Beim Abmontieren des Rads übe ich die Kraft F auf den Maulschlüssel aus. Diese bewirkt eine Drehbewegung der Mutter und hier legen wir den Bezugspunkt A hin. Okay, ähm, was brauchen wir noch? Richtig, den Hebelarm. Das ist ja der Abstand zwischen dem Bezugspunkt und der Wirkungslinie der Kraft. Hier habe ich das Ganze mal A genannt. Das sind 14 Zentimeter. Cool, dann können wir ja schon rechnen. Dafür nehmen wir einfach die Formel zur Berechnung des Moments. Moment M ist gleich Kraft F mal Hebelarm A. Ah, äh, ich sehe gerade Bogdan fragt, wie man kennzeichnen kann, um welchen Bezugspunkt das Moment wirkt. Mhm, um das Moment eindeutig zuzuordnen, fügen wir im hochgestellten Index den Bezugspunkt in Klammern hinzu. Okay? Gut, dann weiter im Text. Die Formel stellen wir dann nach der Kraft F um. Also F ist gleich M durch A. Und jetzt müssen wir nur noch alles einsetzen. Und es ergibt sich eine Kraft von 214 Newton. Das Moment wird übrigens so eingezeichnet. Als gekrümmter Pfeil, sodass die Drehwirkung erkennbar ist. Und da kommt schon die nächste Frage. Bianca will wissen, wie das mit den Vorzeichen ist. Okay. Um schnell rauszufinden, welches Vorzeichen das Moment hat, da nehmen wir uns die rechte Handregel zur Hilfe. Wenn der Daumen unserer rechten Hand in die positive Drehachsenrichtung zeigt, dann zeigen unsere gekrümmten Finger in die positive Drehrichtung. Schauen wir uns das doch einfach mal an der Wassermühle an. Bei der Wassermühle zeigt die Drehachse nach vorn. Die Kraft F bewirkt eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn, was die gleiche Richtung ist, in die auch deine Finger zeigen, wenn der Daumen in die Richtung der Drehachse zeigt. Das Moment hat somit ein positives Vorzeichen. So, und jetzt gucken wir uns die rechte Handregel nochmal am Schraubenschlüssel an. Wie ihr euch vermutlich schon denkt, ist die Drehrichtung und somit das Vorzeichen des Moments abhängig von der Richtung der Kraft. So wie wir gerade das System betrachten, zeigt die Drehachse nach vorn. Für die rechte Handregel müsst ihr also mit dem Daumen auf euch selbst zeigen. Und dann seht ihr, wenn die Kraft nach unten wirkt, so wie links, dann dreht sich die Schraube im Uhrzeigersinn. Das ist entgegengesetzt der Richtung eurer Finger, was bedeutet, dass das Moment ein negatives Vorzeichen hat. Wenn, wie rechts, die Kraft nach oben wirkt, dann dreht sich die Schraube gegen den Uhrzeigersinn. Das ist die gleiche Richtung, in die auch eure Finger zeigen. Und somit hat das Moment ein positives Vorzeichen. Ganz einfach, oder? Ich sehe gerade Dummy38 fragt, was passiert, wenn mehrere Momente wirken. Oh, das ist eine gute Frage. Danke. Dafür habe ich dieses Beispiel mit den zwei Personen auf der Wippe rausgesucht. Die Frage ist, in welche Richtung die Wippe kippt, wenn beide Personen stillhalten. Also erst mal klären wir, wie die Einzelmomente berechnet werden. Die Gewichtskraft der linken Person F1 bewirkt eine Drehung der Wippe gegen den Uhrzeigersinn. Berechnet wird M1 aus der Kraft F1 mal dem Hebelarm A1. Die Gewichtskraft der rechten Person F2 bewirkt eine Drehung der Wippe im Uhrzeigersinn. Und das Moment M2 ist gleich Kraft F2 mal Hebelarm A2. Das resultierende Moment ergibt sich dann aus der Summe der Einzelmomente. Weil die beiden Momente nicht in die gleiche Richtung wirken, müsst ihr hier auf die Vorzeichen der Einzelmomente aufpassen. Und das sieht dann bei diesem Beispiel so aus. Das resultierende Moment ist gleich Moment 1 minus Moment 2. Nur noch einsetzen und das resultierende Moment ist 88 Newtonmeter. Das heißt, die Wippe kippt nach links. Okay, das war ganz schön viel. Ich gebe es zu. Fassen wir nochmal zusammen. Die Drehwirkung einer Kraft, eines Kräftepaares oder sonstigen Kräftesystemen auf einen Körper wird durch das Moment beschrieben. Es wirkt um einen frei wählbaren Bezugspunkt und berechnet sich über die Formel Moment M ist gleich Kraft F mal Hebelarm A. Das Vorzeichen des Moments ist von der Richtung der Kraft abhängig und kann über die rechte Handregel bestimmt werden. Dafür zeigt der Daumen in die positive Drehachsenrichtung und die gekrümmten Finger in die positive Drehrichtung. Mehrere Einzelmomente können summiert und so zu einem resultierenden Moment zusammengefasst werden. Juti, das wär's für heute. Ich freue mich auf euer Feedback und ja, dann bis zum nächsten Mal. Eure Luzi Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Eure Luzi